heute nehme ich euch mal ein bisschen mit in unser tonstudio und zeige euch mal was wir da so schönes machen okay ich habe extra meine powersacken angezogen schwarzen Menschen ich kann auf jeden fall eine absolute kaufempfehlung ausbrechen kauft euch das album am besten zweimal wir machen doch gar kein album äh quatsch mag ja 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 Bis zum nächsten Mal.